Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Genetik-Video. Wir haben uns heute zu beschäftigen mit dem Thema Arten und Populationen oder Populationen und Arten und natürlich auch mit der Frage, welche Rolle das Individuum letztendlich und seine genetische Ausstattung dabei spielt. Und ich würde Sie bitten, dass Sie sich mit Papier und Schreibzeug bewaffnen, weil so ein paar Sachen sind so ein bisschen komplexer heute und sind vielleicht auch so ein bisschen zäher und sind mit etwas mehr Aufwand vielleicht zu verstehen. Trotzdem, denke ich, werden wir es Schritt für Schritt erklären und ich Ihnen Schritt für Schritt erklären, sodass wir uns da eigentlich keine Verständnissorgen machen müssen. Bevor wir in das Thema einsteigen, Individuen, Populationen, Artenschutz, ein kurzer Blick in die lange Geschichte des Artenschutzes. Im ersten Buch Mose, Genesis, finden Sie schon natürlich den berühmten Hinweis auf den Artenschutz, nämlich die Arche Noah. Und hier gibt es zweierlei ganz interessante Punkte. Zum einen ist dort von den reinen und den unreinen Tieren die Rede. Das ist insofern nicht uninteressant, als wir bis heute durchaus Tiere in verschiedene Kategorien unterscheiden, ob das nun in Sachen Artenschutz ist oder Ähnliches. Also die Tiere erster und zweiter Klasse, die gibt es bis heute und viel wichtiger ist an der Stelle aber der Aspekt, dass man sagt, okay, ich will oder Gott wollte in diesem Falle von Noah, dass er sieben von den reinen Tieren, darunter also offenbar mindestens ein Pärchen und im Übrigen ein Pärchen von den unreinen Tieren auf die Arche nimmt, um dann sozusagen den Klimawandel zu entgehen. Und dieses N gleich sieben beziehungsweise N gleich zwei ist natürlich eine spannende Frage aus populationsbiologischer Sicht, ist vor allen Dingen auch eine Frage dann, wie breitet sich so eine Population aus, was passiert, wenn letztendlich ein bestimmtes Individuum verloren geht, welche Rolle spielt das für die gesamte genetische Struktur der Population und wie sieht so eine Population vor allen Dingen aus, wenn sie sich aus dieser Anzahl N gleich zwei entwickelt und daraus wachsen muss. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Das geht vor allen Dingen dabei natürlich auch um das Thema Variation. Heute wollen wir jetzt mehr die Frage stellen, eigentlich die Grundlage der Variation besprechen, was sind Populationen und was sind Metapopulationen. Das sind eigentlich die ersten wichtigen Begriffe, die wir uns im Kontext der Genetik anschauen müssen, nachdem wir uns also in den vergangenen Veranstaltungen ja sehr intensiv sowohl mit den molekularen Strukturen der Genetik oder den molekularen Grundlagen der Genetik beschäftigt haben, wo wir uns auch mit den Markern beschäftigt haben, also die Möglichkeit, genetische Strukturen überhaupt zu erfassen. Und jetzt müssen wir uns definitiv nochmal auch mit diesen Fragen der Population, des Individuums und letztendlich auch der Art beschäftigen. Wenn wir uns fragen, was ist eine Population, dann haben wir sie zunächst mal zeitlich und räumlich definiert. Wir haben mindestens zwei Individuen, jetzt sind wir wieder bei der Arche Noah und theoretisch könnten wir auch von einer Population mit einem Individuum sprechen, aber einer überlebensfähigen Population sollten wir mindestens zwei und bei geschlechtlicher Vermehrung auch getrennt geschlechtliche Individuen dann vorliegen haben. Und die Individuen sollten gleichzeitig in einem bestimmten Gebiet leben. Das Gebiet, und jetzt wird es interessant, der Population wird abgegrenzt, nicht unbedingt durch geografische Kriterien, sondern wird im Grunde abgegrenzt durch den Paarungszusammenhang. Das heißt also, wir sagen, zwei Individuen einer Art, was das ist, kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, gehören dann zu einer und derselben Population, wenn regelmäßig die Möglichkeit besteht, gemeinsame Fertile nachfahren zu haben. Das ist jetzt hier im Übrigen ein Schreibfehler. Es muss hier nachfahren heißen und es müssen nicht unbedingt unmittelbare Nachkommen sein. Also nochmal, zwei Individuen einer Art gehören dann zur gleichen Population, wenn die Möglichkeit besteht, dass sie gemeinsame Nachfahren haben. Das heißt, es kann also durchaus sein, dass die Nachkommen von diesen beiden Individuen getrennt sind, keinen Paarungszusammenhang haben, dass aber dann in der Folge- oder Folge-Folgegeneration sich die Tiere oder Pflanzen so weit ausgebreitet haben, dass sie wieder einen Paarungszusammenhang bekommen. Und dann haben wir im Grunde es dann retrospektiv gesehen mit einer und derselben Population zu tun. Das heißt, es können sowohl kontinuierliche Vorkommen einer und derselben Art eine Population bilden, aber es können auch durchaus diskontinuierliche Vorkommen zur selben Population gehören, wenn ein regelmäßiger Austausch stattfindet. Die diskontinuierlichen Vorkommen, da können wir uns zum Beispiel die Frage stellen, ob bestimmte Zugvögel, die ja sich oft über bestimmte Zugrouten definieren, das heißt mal die Störche, die über den Bosporus oder Gibraltar ziehen, ob die praktisch eine und dieselbe Population bilden, weil sie sich in ihrem Brutgebiet letztendlich dann irgendwo vermischen oder zumindest dort Paarungskontakt haben. Oder ist es so, dass diese Störche, die über zwei verschiedene Zugrouten ziehen, auch in ihrem Brutgebiet so weit voneinander isoliert sind, dass sie dort keinen Paarungskontakt haben. Und dann würde man davon ausgehen, dass sie im Grunde unterschiedliche Populationen bilden. Das heißt, immer der regelmäßige Austausch von Individuen, das können durchaus wenige sein, das kann also pro Generation durchaus ein Individuum oder auch weniger als eins pro Generation sein, aber dieser regelmäßige Austausch sollte gewährleistet sein, um von einer und derselben Population zu sprechen, weil nur dann können im Grunde die beiden Teilpopulationen ja auch hinterher gemeinsame Nachkommen respektive Nachfahren haben. Wenn man das anders formulieren will, könnte man auch sagen, die Wahrscheinlichkeit für gemeinsame, fertile Nachkommen zwischen zwei Individuen sollte größer als Null sein. Und zwar signifikant größer als Null sein. Wichtig ist, das hatte ich eingangs schon kurz angedeutet, die Population ist letztendlich die evolutiv relevante Ebene, das heißt, auf der Ebene der Population passt sich letztendlich eine Spezies an die Umwelt an. Das heißt, nicht das Individuum passt sich genetisch an, das Individuum kann sich eigentlich nur physiologisch an seine Umwelt anpassen durch die Plastizität, die es letztendlich aufweist, während eine Vielzahl von Individuen, die dann eine Population bilden, die können sich dann auch genetisch an die Umweltbedingungen anpassen. Die sogenannte Selektion wirkt dann dort beispielsweise. Und damit ist die Population im Wesentlichen auch die Ebene der Evolution und damit auch natürlich für den ganzen Artenschutz die relevante Ebene. Von daher ist der Begriff Artenschutz eigentlich ein bisschen missverständlich, denn was wir schützen müssen oder wo wir ein Auge drauf haben müssen, was wir uns im Falle von menschlichen Einflussnahmen immer genauer anschauen müssen, ist die Population nicht unbedingt die Art als Ganzes. Und diese Anpassung an die Umweltbedingungen erfolgt praktisch über die Generationen, indem sie von Generation zu Generation durch Selektion aufgrund der Umweltbedingungen zum Beispiel, aber auch durch Zufallsprozesse durchaus, genetische Drift spielt hier eine Rolle, die genetischen Strukturen von Generation zu Generation ändern. Ja, Populationen können weiter unterteilt werden. Sie können nach geografischen, sie können nach morphologischen, sie können nach ökologischen oder sie können nach welchen Kriterien auch immer in sogenannte Teilpopulationen unterteilt werden. Wichtig ist, dass die Subpopulation, also die Teilpopulation, zunächst mal keine wirklich biologisch zwingende Relevanz hat. Das heißt also mit anderen Worten, biologisch sehr scharf definiert ist, wie wir gerade eben gehört haben, die Population. Da gibt es einfach klare genetische bzw. populationsbiologische Kriterien, welche die Population definieren, während die Subpopulation, also eine Unterpopulation oder Teilpopulation auch genannt, nach durchaus auch anthropozentrischen Kriterien eingeteilt werden kann. Interessant ist jetzt die Frage, wenn solche Teilpopulationen existieren, die auch durchaus genetisch unterschiedlich aussehen können, stellt sich eben die Frage, wie die zueinander, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Und das führt uns dann zum Begriff letztendlich der sogenannten Metapopulation. Und ich werde das jetzt mal ganz kurz so ein bisschen hier auf dem Präsenter skizzieren. Nehmen wir also mal an, wir haben eine Population, die aus verschiedenen, zum Teil räumlich zusammenhängenden, zum Teil aber auch nicht zusammenhängenden Teilpopulationen besteht. Also hier ist zum Beispiel eine Teilpopulation, hier ist eine Teilpopulation, hier ist eine und von mir aus hier zwischendrin auch nochmal eine. So, und dann ist eben die Frage, wann bilden diese Subpopulationen, denn wir können davon ausgehen, dass hier durchaus Migration, also Wanderungsbewegungen zwischen diesen Teilpopulationen stattfindet. Wie auch immer, dann ist eben die Frage, wann bilden diese Teilpopulationen eine gemeinsame sogenannte Metapopulation. Eine Metapopulation bedeutet, dass diese Teilpopulationen existieren können oder auch mal verschwinden können, ohne dass die Existenz der Gesamtpopulation beeinträchtigt ist. Das ist eigentlich der Begriff der Metapopulation. Und das muss man sich so vorstellen, dass über die Jahre oder über die Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte praktisch hier sich allerlei ändern kann. Es können solche Teilpopulationen zum Beispiel hier mal verschmelzen, indem dann hier ein Paarungszusammenhang hergestellt wird. Es können zum Beispiel auch bestimmte Teilpopulationen komplett verschwinden, also aussterbenlokal und die werden dann im Grunde später aus den anderen Teilpopulationen, wie von hier oder von hier oder von hier, wieder besiedelt. Das ist letztendlich nichts anderes als das Konzept einer sogenannten Metapopulation im Sinne von Lewins. Und Lewins hat im Grunde das Ganze an Insekten experimentell dargestellt. Wichtig ist diese Metapopulation natürlich gerade im Bereich des Naturschutzes, des Artenschutzes. Weil wir damit ja sehr schön auch modellhaft sehen können, dass im Grunde nicht immer und überall eine Art zur gleichen Zeit in gleicher Dichte vertreten sein muss, um letztendlich langfristig überlebensfähig in einem Lebensraum zu sein. Und auch die Frage des günstigen Erhaltungszustandes, zum Beispiel im Sinne der FFH-Richtlinie, ist sehr stark von diesem Metapopulationsgedanken abhängig. Das heißt also, hier müssen wir uns noch in Zukunft auch im Naturschutz dazulernen und diesen Metapopulationsaspekt eigentlich mehr in die praktische Arbeit des Naturschutzes mit einführen. Der Metapopulationsbegriff als solches ist aber eben auch nicht sehr scharf definiert und der wurde dann von unterschiedlichen Autoren in der späteren Zeit interpretiert. Hier zum Beispiel hat Harrison in den 1990er Jahren vorgeschlagen, zum Beispiel genetische Differenzierung als ein Kriterium zu nehmen, ob überhaupt eine Metapopulation aus verschiedenen Teilpopulationen vorliegt oder ob wir es einfach mit einer ganz normalen Population an Pflanzen oder Tieren zu tun haben. Das heißt also, nach Harrison würde man sagen, erst wenn solche Teile dieser Gesamtpopulation, ich versuche das nochmal hier zu skizzieren, Also erst wenn solche Populationsteile jeweils genetisch unterschiedlich sind, genetisch voneinander differenziert sind, was wir mit den entsprechenden Differenzierungsmaßen ja auch feststellen können, erst dann sprechen wir definitiv von einer Metapopulation, während wir, wenn die im Grunde alle genetisch mehr oder weniger ähnlich in ihren Strukturen aussehen, von einer einfachen Population nur sprechen würden. Das Problem bei der Frage nach genetischer Differenzierung liegt so ein bisschen darin, dass in den 1990er Jahren eigentlich die genetischen Marker noch, ich will nicht sagen relativ grob waren, aber doch nicht diese feine Unterteilung ermöglicht haben, zumindest in der Vielzahl der Marker, gerade die damals noch aktuellen Isoenzyme, um letztendlich alles von allem voneinander unterscheiden zu können, was heute ja durchaus der Fall ist. Heute können wir ja auch routinemäßig bis auf die Ebene des Individuums herunter, bis auf die Ebene des Sozialverbandes Wolfsrudel oder Kahlwildverband beim Rothirsch oder ähnliches genetisch oder genauer gesagt molekular differenzieren. Und das macht die Sache natürlich, diese Definition von Harrison auch ein bisschen schwierig, weil wir je nach verwendetem Marker im Grunde definitiv jede dieser genannten Teilpopulationen eigentlich fast immer mit bestimmten Markern differenzieren können. Wir müssen nur die Markeranzahl hinreichend hochnehmen und die Marker entsprechend fein auflösend wählen. Und das ist letztendlich dann auch so ein bisschen das Problem, wenn wir mit molekularen Methoden diese Metapopulation wirklich interpretieren bzw. definieren wollen. Jetzt kommen wir zur Frage der Population und der Art. Zwei beliebige Populationen, so sagt man, gehören zu einer und derselben biologischen Art, wenn Umweltbedingungen existieren, unter denen diese sich wie eine einzige Population verhalten. Was eine einzige Population ist, haben wir gerade gehört. Das heißt also, wenn hier zwei beliebig gegriffene Individuen gemeinsame Nachfahren haben können. Das heißt, wir kommen automatisch damit zum sogenannten Artkonzept nach Meier, dem sogenannten biologischen Artkonzept. Definiert wird das als Arten sind Gruppen von sich tatsächlich oder potenziell untereinander fortpflanzenden natürlichen Populationen, die von anderen solchen Gruppen reproduktiv isoliert sind. Das beste Beispiel für eine biologische Art ist der Wolf, Canis Lupus. Wir haben hier eine Population auf dem Eurasischen Kontinent, mindestens eine, da werden wir uns an anderer Stelle nochmal mit näher beschäftigen. Und wir haben mindestens eine Population auf dem Nordamerikanischen Kontinent. Dennoch gehören beide Bestände an Wölfen, sowohl die Eurasischen als auch die Nordamerikanischen, zu einer und derselben biologischen Art. Weil wenn sie einen Wolf aus Alaska mit einem Wolf aus Europa letztendlich zusammenbringen, dann werden die Interfertil sein, werden gemeinsame Nachkommen haben können und werden somit letztendlich dann sich wie eine einzige Population verhalten. Was bedeutet, hier haben wir es definitiv mit derselben biologischen Art zu tun. Das Ganze wird auch in dem für viele Biologen im ersten Semester oder auch schon in der Oberstufe gerne immer wieder gelehrten Satz ausgedrückt, was sich schad und paart ist eine Art. Das heißt also, im Grunde ist die Interfertilität die Möglichkeit, zwischen zwei Individuen Nachkommen zu haben, und zwar diesmal wirklich unmittelbare Nachkommen zu haben, das entscheidende Kriterium, um zwei Individuen zu einer und derselben Art einzuordnen. Damit sind wir, was sich schad und paart, ist eine Art, mit diesem Begriff genau auch wieder bei der Mayerschen Art-Definition, die dann, wie gesagt, von späteren Autoren auch zu einem biologischen Art-Konzept eigentlich oder als biologisches Art-Konzept bezeichnet worden ist. Das biologische Art-Konzept, manche nennen es auch genetisches Art-Konzept, ist im Grunde sehr operational. Das ist der riesige Vorteil von diesem Konzept, weil Sie praktisch bei allen sich zumindest sexuell fortpflanzenden, rezenten Spezies oder Individuen diese Frage eigentlich nach diesem Mayerschen Ansatz beantworten können. Wo es eben, wie gesagt, nicht geht, sind die sich nicht sexuell fortpflanzenden Spezies, Lebewesen und es sind auch die ausgestorbenen Lebewesen, wo Sie das im Grunde nicht mehr überprüfen können, letztendlich diese Interfertilität. Und da kann man natürlich dann auch andere Art-Konzepte nutzen, die zum Teil auch im Artenschutz in der Vergangenheit sehr beliebt waren, und zum Teil auch heute noch beliebt sind, das morphologische Art-Konzept zum Beispiel. Da betrachtet man im Wesentlichen die Morphologie, zum Teil auch die Anatomie von Lebewesen und versucht, die sozusagen in einen logischen Zusammenhang zu stellen und kann danach dann im Grunde auch bestimmte Individuengruppen zu Arten zusammenfassen. Das betrifft im Wesentlichen oder betraf in der Vergangenheit im Wesentlichen tatsächlich auch die nicht mehr rezenten Lebewesen, die also als Fossilien vorhanden waren. Im Naturschutz wird es immer noch gerne genutzt, wenn man beispielsweise Subspezies, Unterarten, die bestimmte morphologische Besonderheiten haben, sich fragt, ob das vielleicht eigene Arten sind. Das ist immer so ein bisschen problematisch, weil natürlich der Naturschutz durchaus auch in gewisser Weise davon profitiert, wenn es möglichst viele Arten gibt, weil wenn aus einer Art mehrere Arten plötzlich werden, dann ist der Gefährdungsstatus dieser neuen oder neu ausgewiesenen Art meistens relativ hoch und das führt natürlich dann auch wieder zu Naturschutzproblemen, die es dann zu lösen gilt. Also so gesehen ist das in der Vergangenheit immer so ein bisschen auch fragwürdig, ob man das wirklich heute noch tun soll, nach rein morphologischen Kriterien, oder ob man nicht heute besser dann tatsächlich auch das phylogenetische Artkonzept in Betracht zieht. Hier geht es vor allen Dingen um die Abstammungsbeziehungen von Individuen. Denken Sie beispielsweise auch an die Frage von nicht mehr rezent vorhandenen Arten, da kann man zumindest heute mit einer molekularen Diagnostik diese Abstammungsbeziehungen herleiten. Gleichzeitig ist aber diese molekulare Diagnostik auch ein Problem, weil wir damit keine biologischen Arten letztendlich definieren können. Wir können damit eigentlich nur phylogenetische oder phylogenetisch definierte Arten erkennen, indem wir einfach über die molekularen Marker nach Ähnlichkeit gruppieren. Wir können aber aufgrund der molekularen Marker, gerade der heutzutage sehr feinauflösenden molekularen Marker, wir können daraufhin nicht sagen, ob zwei Individuen, die einen bestimmten molekularen Phänotyp aufweisen, ob die nun interfertil sind oder nicht interfertil sind. Das heißt also, das biologische Artkonzept können Sie mit molekularen Markern definitiv nicht erkennen oder nicht untermauern und nicht danach im Grunde strukturieren. Sie können aber diese Marker sehr gut nutzen für das phylogenetische Artkonzept, welches im Grunde heute dem morphologischen auch von daher gesehen in der Praxis überlegen ist. Dennoch, wenn Sie ein operationales Konzept suchen, was wirklich auch eine klare Trennung dann zwischen Arten irgendwo definiert, nämlich die fehlende Interfertilität, dann sind wir heutzutage definitiv auf das biologische Artkonzept angewiesen und das wäre vermutlich klug, das auch in Zukunft im Artenschutz zunehmend zu etablieren. Kommen wir noch zu so ein paar Praxisbeispielen. Im forstlichen Bereich, im waldbaulichen Bereich ist ein spannendes Beispiel die Frage der Eichen in Mitteleuropa, die Frage Traubeneiche und Stieleiche, Quercus petreia und Quercus robur. Hier ist es letztendlich so, dass wir im Waldbau natürlich in vielen Beständen Bäume finden, die Merkmale sowohl von Quercus petreia als auch von Quercus robur haben. Wir wissen auch, dass es Hybridbildung zwischen diesen beiden Formen, ich nenne es mal ganz zurückhaltend, Formen der Eiche gibt und wir wissen auch, dass zum Beispiel in den genetischen Untersuchungen gerade der 80er, 90er und frühen 2000er Jahre eigentlich aufgefallen ist, dass ich im Grunde keine klare Differenzierung zwischen diesen beiden Formen im Sinne von Private Alleles oder Ähnlichen. Ich erinnere hier nochmal an die Frage der genetischen Marke, am Beispiel der Wildkatze, die wir in einer Veranstaltung auch schon mal diskutiert haben. Solche trennenden Allele gab es da in den Untersuchungen eigentlich nicht, sodass wir im Grunde auch hier davon ausgehen müssen, dass Traubeneiche und Stieleiche zwei Subspezies einer und derselben biologischen Art darstellen. Man könnte auch von Ökotypen in dem Falle sprechen, weil wir ja wissen, dass sich die standörtlichen Rahmenbedingungen bei der Traubeneiche eben eher in Richtung zum Beispiel feuchter Standorte oder auch nährstoffreicherer Standorte befinden, während die Traubeneiche eben eher auf den ärmeren Standorten, gerade auch auf den Bergkuppen oder auf den Hügelkuppen zum Beispiel vorkommt. Das heißt, hier scheint es auch eine standörtliche Differenzierung zu geben und innerhalb der einzelnen Formen, zum Beispiel bei der Stieleiche, haben wir uns vor einigen Jahrzehnten mittlerweile schon selbst mit Untersuchungen beschäftigt, die zum Beispiel die Überflutungstoleranz zeigen und da finden wir auch genetische Differenzierungen wieder zum Beispiel zwischen dauerhaft überfluteten Individuen und solchen, die nicht dauerhaft oder kaum überflutet sind. Kommen wir zur Tierwelt und auch von da noch einige Beispiele. Ein interessantes Beispiel ist das der Wildschafe. Wir haben eigentlich zirkumpolar verbreitet in verschiedenen Erdteilen Dickhornschafe. Das ist in Nordamerika das Bighorn Sheep, also das sogenannte Dickhornschafe übersetzt. Es ist in Europa oder auch Richtung östlicher Mittelmeerraum das Mufflong. Es ist in Zentralasien dann zum Beispiel das Agalli. Und hier können wir im Grunde auch wieder fragen, haben wir es beim Mufflong mit Ovis Gmelini oder Ovis Orientalis zu tun oder sollten wir besser von der Großart Ovis Ammon sprechen, unter denen dann praktisch die weltweit verbreiteten Dickhornschafe zusammengefasst werden könnte. Aus genetischer Sicht und auch aus Sicht eines biologischen Artkonzeptes ist das eigentlich klar, dass es sich eigentlich nur um verschiedene Unterarten handelt, da ja Kreuzungen mit fertilen Nachkommen auch zwischen diesen jeweiligen Kollektiven, also zwischen Dickhornschafe und Mufflong zum Beispiel oder zwischen Agalli und Mufflong möglich wären, wenn wir die räumliche Distanz überwinden und diese Tiere zusammenbringen würden. Ja, ein anderes Beispiel, welches wir auch noch mal vertiefend uns anschauen werden, ist das die Gattung Zervus, Hirsche. Bei den Hirschen ist es eben so, dass wir davon ausgehen, dass diese Gattung einen Evolutions-Hotspot, kann man sagen, einen Evolutions-Schwerpunkt in Südostasien hat. Das erkennt man daran, dass eben sehr viele, auch rezent, noch vorkommende solcher Hirscharten in Südostasien angesiedelt sind. Denken Sie im Grunde an den Axis-Hirsch, denken Sie an den Pier-David-Hirsch, denken Sie an den Sika-Hirsch und andere mehr. Und im Übrigen aber trotzdem einmal zirkumpolar ein Vorkommen dieser Gattung existiert, wenn wir uns dann praktisch einmal um den Globus bewegen, dann finden wir in Nordamerika den Wapiti und finden dann, wie gesagt, in Europa den Rothirsch. Und alle sind letztendlich interfertil und damit könnte man bei Sika-Hirsch, Wapiti und Rothirsch auch durchaus von einer und derselben biologischen Art sprechen. Das heißt, wir dürften dann nicht mehr oder sollten dann nicht mehr Servus Nippon zum Sika-Hirsch sagen, sondern er müsste dann Servus Elaphus Nippon heißen oder eben auch Servus Elaphus Hortolorum für den Nibowski-Hirsch, also den manchurischen Sika. Interessant ist auch, dass gerade Sika und Wapiti eben morphologisch und auch vom Verhalten her sehr viele Gemeinsamkeiten haben, sodass also im Grunde hier auch sich diese zirkumpolare Verbreitung einmal um die Erdkugel herum eigentlich ganz interessant in solchen Merkmalen darstellt. Ein weiteres spannendes Praxisbeispiel, was wir an anderer Stelle auch nochmal ein bisschen vertiefend darstellen werden, sind die Hundeartigen, die Kaniden. Wir wissen, ich glaube, das ist zunächst erstmal klar, dass wir zum einen die Unterart Kanis Lupus Lupus, also den Wolf, haben, auf der anderen Seite haben wir den Haushund Kanis Lupus Familiaris. Dieser Haushund ist im Grunde nichts anderes als eine Unterart, eine Subspezie des Wolfes. Wolf und Hund können sich im Grunde auch mit vertilen Nachkommen verpaaren, das ist also keine Frage. Ähnlich übrigens auch wie das Beispiel von Wildkatze und Hauskatze, aber interessant ist eben die Frage, wie ist es mit weiteren Kaniden, was ist zum Beispiel mit dem Goldschakal, der derzeit unter dem Artbegriff Kanis Aureus geführt wird, der sich ja im Moment auch gerade über Europa ausbreitet und bei dem wir uns eben fragen müssen, ist es eigentlich tatsächlich eine echte eigene biologische Art oder ist es möglicherweise auch nur in Anführungsstrichen eine Unterart von Kanis Lupus. Warum diskutieren wir diese Frage? Nun zum einen diskutieren wir sie deshalb, weil wir schon früh in der Frage der Evolution des Hundes die Hypothese ja mal hatten von Konrad Lorenz seinerzeit im Wesentlichen beschrieben oder propagiert, dass eben ein Teil unserer heutigen rezenten Haushunde sich nicht unmittelbar aus dem Wolf hergeleitet haben oder unmittelbar vom Wolf abstammen, sondern tatsächlich dass ein Teil der Hunde vom Goldschakal abstammt und ein Teil der Haushunde vom Wolf abstammt. Das würde ja im Grunde auch schon wieder genau diesen biologischen Artbegriff praktisch nahe legen, dass es da auch um eine und dieselbe Art geht. Wir wissen auch aus molekularbiologischen Untersuchungen dass möglicherweise Hybridbildungen zwischen Hund und Goldschakal stattgefunden haben und wir wissen auch aus morphologischen Beobachtungen dass zum Beispiel beim Wolf im Apennin bzw. Abruzzen also in der Apenninisch-Alpin Wolfspopulation respektive Teilpopulation bestimmte Merkmale vorkommen die auch der Goldschakal anwachsen hat das ist zum Beispiel die verwachsenen die verwachsenen Ballen der mittleren Zehen ich versuche das mal ganz kurz hier zu skizzieren wenn wir also jetzt so einen Brandenabdruck haben wenn hier vorne die Nägel sind dann sind praktisch diese mittleren Ballen beim Wolf typischerweise getrennt während sie beim Goldschakal hier hinten verwachsen sind und dieses verwachsene was Sie jetzt sehen das ist praktisch auch bei den Wölfen zumindest beim Teil der Wölfe aus der Apenninischen Population Sprachstrich Teilpopulation zu beobachten also auch hier das ist jetzt kein Beleg für irgendetwas aber zumindest ein Indiz doch mal nachzugucken ob nicht auch hier eine gewisse Interfertilität besteht ja ein weiteres interessantes Beispiel gerade jetzt vor dem Hintergrund Klimawandel sind die Bären die Gattung Ursus bislang hat man eigentlich den Braunbären und den Eisbären als zwei verschiedene Arten letztendlich geführt also Ursus Arctus als der Braunbär und Ursus Maritimus der Eisbär auch hier wissen wir dass es sowohl aus wir kennen das aus zoologischen Gärten wir haben aber auch mittlerweile gibt es Beobachtungen aus freier Wildbahn dass die die beiden bisher als getrennt angenommenen Spezies eben möglicherweise doch eine dieselbe biologische Art sind es gibt nämlich Hybriden zwischen Eisbär und Braunbär gerade im Bereich Sibirien wo auch die Braunbär vorkommen eben sehr weit in den Norden reichen und die beiden nennen wir sie mal Ökotypen sich auch begegnen da passiert gerade unter den Bedingungen des Klimawandels möglicherweise auch letztendlich forciert dass sich mehr und mehr Eisbären auch Richtung Festland zurückziehen gerade unter den Schwierigkeiten eben auch auf dem Eis vernünftig Beute zu jagen und dass sich hier dann eben auch Hybriden finden die dann oftmals auch salopp als Cappuccino Bären bezeichnet werden das einfach von ihrem hellbraunen Fellfärbung hergeleitet der Begriff das heißt also die F1 Generation scheint hier also entsprechend intermediär auszusehen und das ist natürlich eine spannende Tatsache vor der Frage wird der Eisbär durch den Klimawandel aussterben nein er wird vermutlich durch den Klimawandel nicht aussterben sondern es wird sich im Grunde wieder eine Zusammenentwicklung zwischen Eisbär und Braunbär ergeben das ist insofern möglicherweise sehr logisch und auch sehr naheliegend weil die Evolutionsgeschichte der Bären sowieso noch relativ jung ist also es ist noch keine so evolutionsbiologisch alte Auftrennung zwischen Eisbär und Braunbär und möglicherweise wird diese Auftrennung jetzt durch den Klimawandel wieder zu einem Ende kommen und sie werden sich wieder zusammen entwickeln zu der Stammform aus der praktisch beide mal hervorgegangen sind natürlich nicht zu derselben Form der Evolution wiederholt sich nichts aber letztendlich zu ökologisch ähnlichen Formen was sagt das Naturschutzgesetz zu all diesen Dingen was ich ja also täglich mit diesen Fragen eigentlich beschäftigen muss das ist ein bisschen erschütternd und auch fachlich ja nicht nicht sehr herausragend was wir hier lesen müssen im Bundesnaturschutzgesetz ist unter den Definitionen eine Art genannt eine Art sei also jede Art Komma Teilpopulation eine Art oder Unterart das heißt also hier wurde unter Begriff Art eigentlich alles zusammengeschmissen was irgendwo in irgendeiner Weise abgrenzbar ist und damit ist dieser Begriff definitiv hier nicht operational im Gegenteil der ist zum Teil sogar grob falsch angewendet und das vor dem Hintergrund ist eben daraus doch für eine Gesellschaft massive rechtliche Konsequenzen erwachsen können denke ich ist hier nochmal massiv nachzubessern und hier müssen denke ich in Zukunft noch die Hausaufgaben gemacht werden um hier nochmal sauber eine möglichst eine biologische Art Definition auch im Naturschutzgesetz so aufzunehmen es ist ja schon ein paar mal die Begrifflichkeiten sind im Naturschutzgesetz nachgebessert worden das ging auch bei heimischen Arten oder auch beim Thema von invasiven Arten hat man ja schon nachgebessert nicht immer unbedingt zum Guten hin oftmals hat man das durch die neuen Definitionen noch mehr Verwirrung gestiftet aber zumindest diese Art Definition im Naturschutzgesetz sollte dringend den naturwissenschaftlich gebräuchlichen der naturwissenschaftlich gebräuchlichen Terminologie angepasst werden zusammenfassend können wir kurz sagen es ist definitiv im Naturschutz und in der Praxis im Naturschutz ist wichtig ein klares und vor allem ein operationales Art- und Populationskonzept zu haben das Populationskonzept ist eigentlich populationsbiologisch populationsgenetisch völlig klar da ist lediglich der Begriff der Metapopulation etwas schwammig aber ansonsten ist es eigentlich sehr klar mit der mit den gemeinsamen Nachfahren und der Wahrscheinlichkeit für gemeinsame Nachfahren das ist eigentlich kein Problem beim Artkonzept werden wir uns in Zukunft auf möglichst eines der drei gängigen sag ich mal einigen müssen die Empfehlung wäre hier auf das biologische Artkonzept weil das das einzig wirklich operationale ist und diese klarheit sollte eigentlich dazu führen dass wir die Schnittstelle zwischen Biologie auf der einen Seite also Wissenschaftlichkeit auf der einen Seite und Naturschutzrecht auf der anderen Seite deutlich transparenter gestalten und auch deutlich handhabbarer gestalten zurzeit haben wir gerade aufgrund dieser unterschiedlichen Begrifflichkeiten auch große Probleme zum Beispiel im Planungsrecht zum Beispiel in der Frage der Rückkehr der großen Prädatoren und ähnliches ich hatte es vorhin schon mal kurz angedeutet auch die Frage der Inflationierung von Arten unter der Prämisse dass natürlich wenn wir mehr Arten uns definieren diese Arten natürlich auch insgesamt jede für sich gefährdeter sind und damit dem Naturschutz eine größere Bedeutung vorkommt halte ich für problematisch wenn das wirklich so sein sollte ja das war's zum Thema Individuum Art Population oder Individuum Population Art nachzulesen am Beispiel des Großprädators Wolf wäre das hier im Handbuch Wolf und ansonsten das ganze Konzept auch nochmal im Skriptum Wildtiermanagement dargestellt von daher vielen Dank und bis zum nächsten Mal 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 und bis zum nächsten Mal